Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Make-A-Mauts und hier an meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Nähen lernen. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Leseknochen selber näht. Make-A-Mauts Sewing. Nähen mit der Mauts. Das Schnittmuster findet ihr kostenlos auf meiner Webseite, die ich euch unten in der Infobox verlinke. Schneidet euch das Schnittmuster dreimal aus. Je nach Stoffart könnt ihr euren Stoff noch mit Volumenvlies oder Flieseline verstärken. Da mein Stoff aber sehr dick ist, wird das in meinem Fall nicht benötigt. Zudem braucht ihr noch Füllwatte. Legt euch dann zwei Teile rechts auf rechts zusammen und steckt sie bis zur Mitte zusammen. Ich markiere mir hier genau die Mitte, da es wichtig ist, genau bis hier hin zu nähen. Senkt eure Nähmaschinen-Nadel bei dieser Markierung und näht die Teile nähfüßchenbreit, also ca. 6 mm zusammen. Verriegelt dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Klappt dann eine Seite auf und legt euch das nächste Teil rechts auf rechts drauf. Steckt die Teile wieder mittig zusammen. Und näht dann von dieser Naht zu dieser. Die Nähte sollten genau aufeinander treffen. Steckt nun die letzte Seite zusammen. Hierbei ist zu beachten, dass ihr eine Wendeöffnung offen lasst. Verriegelt bei Wendeöffnungen immer die Naht. Achtet auch hier wieder darauf, dass die Nähte genau aufeinander treffen. Und verriegelt auch hier den Anfang und das Ende. Falls nötig, könnt ihr hier die Nahtzugaben noch an den Rundungen einschneiden. Wendet das Kissen auf rechts und formt die Ecken schön aus. Nun muss die Füllwatte hineingefüllt werden. Ich habe dazu ein altes Kissen verwendet. Verteilt die Watte überall gut, vor allem in den Ecken. Zum Schluss schließe ich mit ein paar Anstichen das Kissen. Fertig ist der Leseknochen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch noch einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniert den Kanal. Tschüss, bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.